Was soll ich dazu sagen? Der Unterschied zwischen der Schweiz und Bayern? Naja... Die Bayern... Das kann ich nicht. Sie sind schon ein Völkchen für sich mit ihrer eigenen Nationalität. Das kann meine Frau vielleicht. Bei uns ist viel schöner, bayerische Sonne, weiß-blauer Himmel. Und was hat die Schweiz? Die Schweizer sind Schweizer. Kontaktfreudiger, netter. Also ich verstehe nicht, was hat das zusammen? Bayern spielt besser und ist erfolgreicher. Einer macht Schokolade und der andere hat eine bessere Bier, nicht wahr? Und die Schweiz? Naja, die kommen aber. Die kommen, sag ich euch.